Die Kurznews machen heute ihrem Namen wirklich alle Ehre, denn wir wollen nur kurz aus der Nachtschicht berichten, dass wir nun endlich in der Lage sind, über Mikrocontroller einen Servomotor punktgenau ansteuern zu können. Das ermöglicht uns natürlich ganz neue Möglichkeiten beim Bau von Funktionsmodellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017